So dann fährt den mal Boah der Pau übel lang Boah der ist übel langsam jetzt So Dann fährt den mal hier runter Und dann werden wir nämlich hier Siedler Pau machen, okay Dann werden wir ein paar Siedler machen Ähm Hier vielleicht so So ich weiß nicht Ob das jetzt reicht Das weiß ich nicht, aber es scheint zu reichen Und Ja So, okay Bauern sind auch ganz gut, da gibt es noch einen Geschotter So eine Expedition Hoffentlich ist das Schiff jetzt erfolgreicher Und ihr macht hier schon mal Ich kann dem jetzt noch, warte mal, ich brauche Walls Ah, müsst ihr produzieren Habt ihr ja genug mitgenommen Ähm Wenn ich hier noch ein größeres Lager baue Wo war das? Hier Hafenmeisterei Achso, dann kann ich jetzt nur hier Fehler Ähm Kann man jetzt nur hier oder was bauen Oder kann man die auch irgendwo in der andere Ja, aber hier kann man auch noch So, dann kann man jetzt Äh? Okay Kann man jetzt bauen Zehn Steine oder was brauche ich Naja, egal Sind die schon da, meine Schifflein Noch nicht, da muss aber lange Ich sag mal, wie lange fahren denn die, Alter 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 Alter, die fahren ja echt Schneckentempo, Alter Da brauchst du ja eh wieder, da brauchst du ja eh wieder mal Zur Stelle Hm, kostet aber so viel Kipper Schnelle, mittelkurse, handelsstift Höhe, hohe, frachtkapazität, da brauchst du ja mal Kostet der Scheiß Für das Schammer Geld haben wir zwar, wir brauchen Holz Haben die nicht genügend hier jetzt Boah, sieht doch schön aus So Wer dann Wer dann Tja, keine Ahnung Dann müsste ich halt warten Dann habe ich Kriegsschiffe gebaut Der Experte hat gebaut Kriegsschiffe, helfe uns nicht Nicht, Kriegsschiffe halt nicht immer Aber Ich sag nix, dann nehme ich die hier Die ist doch schnell, oder? Komm, fahr mal mit hier runter, du Meister Guck, ob die Ob die Schneller ist Bist ja, oh, eh, langsam, Alter Gib mal mehr Gummi, Junge Fahr mal schneller Haben die eigentlich einen Kohleofen hinten drin? Der fährt zwar mit Motor Aber Komm, wir den einholen Ist der Wind jetzt schlecht, oder was? Ja Macht, was er wollt Ich baue mal so ein Schiff hier Warte mal, das war Die hat Die hat Die hat vier Frachträume Die hat drei Das hier weiß ich nicht Ja, sehe ich halt nicht Warte mal, ich mache mal kurz Pause Ich baue mal kurz